Und willkommen zurück zum Part Nummer 2. Wir hatten ja so unsere kleinen Startschwierigkeiten mit diesen netten Alien-Viechern. Wir haben einen Kolonist verloren. Und ansonsten ist noch nicht wirklich viel passiert, was haben wir jetzt, warte mal. Ein Handelskonvoi. Wenn wir den jetzt losschicken, warte mal, den möchte ich zu der Stadt Rot, 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 da. Der geht natürlich übers Wasser. Plus 4 Energie. Die Fernbasis 1 da oben. Plus 2 Energie, plus da oben. So, was erhalten wir hier? 5 Energie, 1 Wissen. Und die hält 3 Energie und 1 Wissen. Ich glaube, das machen wir erstmal so. Klären sie eins im Krieg. Ja, ich finde das geil. Wir haben gerade erstmal einen Handelspustel und dann sollen wir schon Kriege klären. Naja, gut. Jo, war klar. Zweite Einheit verloren. Fängt ja gut an. Fängt ja gut an. Wenn wir es in jedem Part irgendwelche Einheiten verlieren, dann wird das aber nichts. Dann wird das ein richtig schnelles Spiel. Erforschen sich das Computerwesen. Computerwesen erforschen. Können wir machen? So, was haben wir denn da? Die erstmal weg. Das kommt davon, weil wir mich ärgern. Unser Konvoi lebt da noch? Gute Frage, nächste Frage. Nächste Runde. So, Abkommen. Was haben wir denn davon? Meine Affinität? Äh, achso. Mögliche Abkommen. Äh, Ante, okay. Die Stadt um 3 erhöht. Kultur erzeugt, kostet weniger Produktion. Ja, findet ihr gut. Alles klar. So. Komm, nichts machen. Nächster Schritt. Alles klar. Hör damit. Station entdeckt. Schön. So, den haben wir jetzt fertig. Jetzt machen wir nicht... Ich würde da schon gern hin, aber... Wir fahren jetzt erstmal hier hinten raus. So, Labor. Wissenschaft, Recycling, Produktion. Wissenschaft plus 2. Dann wird das schon. Für Schwarze Meere Filmeer, dies können wir militärische Entwicklung nützlich sein. Okay. Wir sind gewachsen. Der lebt noch. Öh, lebt noch. Öh, lebt noch. Oh Mann. So. 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 Alle Rekländer feiern freien Unterhalt durch Reliquien. So. Echt jetzt? Hallo? Ey, ganz ehrlich. Als der Koyote begriff, dass er der einzige seiner Art auf diesem neuen Planeten ist. Ich weiß, also es kotzt mich an. Also. Soldat. So, wir sollen... Computer wird empfohlen. So, können wir das hier irgendein... Ach, suchen. Okay. Computerwesen. Wo sind wir denn da? Ach da. 23 Runden, ey. Ganz ehrlich. Möchste Militärnet Raketenfahrzeuge. Möchste Squad-Netzwerk und Spionageagentur. Hm. Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Ob es da draußen stattfindet. Trockendock. Ranger. Kampferzeug. Ich mach trotzdem erstmal das. 23 Runden. Gucken, vielleicht sinkt das ja noch, wenn wir es dann... Ja, schon mal machen. So, weiter kann ich nichts machen, weil ist hier nichts mehr da. Ist ja alles weg. Ich... Station entdeckt. Schön. Handelsanheit zerstört. Schön. Jo, also wer online gegen mich spielen will, hat schon mal gewonnen. So, na gut. Werden wir uns vielleicht nochmal hier mit beschäftigen. Jede Mitteilend unter ihrem Befehl. Aus dem Posten der O-Bahn haben sie noch mal an dieser Stelle einen eigenen. Hm. Kostenloser Bautrupf. Schwinnigkeit für Gelände. Uh, okay. Eine kostenlose Kolonist-Einheit. Das ist natürlich jetzt eine Sache. Hm. Okay. Hm. Ja, schön. Das ist, äh, das ist ja auch eigentlich... Hm. 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 Das ist cool, das ist nicht weit. Könnte sogar mal eine Einheit schaffen. Äh, so, Produktion. Ähm. Ein Erkunder. Ein Erkunder. Kann doch eigentlich auch so eine Expedition machen, oder? Versuchen wir es mal. So, was für mein Soldaten. Soldaten. Die fahren mal hier, laufen, was auch immer. Mal schön nach da hinten. Mal so kann das echt nicht weitergehen hier. Mal so kann das echt nicht weitergehen hier. mal so. Mal so. 've at the top. Mal so. Mal so. Mal so. Konnten wir nicht. Ja, wir können. Was haben wir denn? 3U30? Ja, vielleicht doch noch nicht. Produktion. Müssten wir hier unten weitermachen. Was haben wir? Plus 2 Nahrung, Ultraschallzau. Ja, können wir machen. Immer noch 25. Ich dachte, es wird vielleicht irgendwie mal besser. Geophysik. Müsstige Gebäude. Geothermikoden erfüllt. Geothermikoden erfüllt. Ähm, mhm. Okay. 1,5. Oh, gut. Hier. Genau. Physik. Wir machen uns ganz langsam vorarbeiten. Questentscheidung. Schon wieder. Hm. Einzelne Expeditionsmodul. Durch Labors. Uh. Kundeanheit erhalten. Einzelne Expeditionsmodul. Ne. So. Herr Kunde. Wollen wir es wagen, ja? Wann wagen wir es mal? So. Hier haben wir es schon mal. Ja. Oh. Ja, gut. Wenn wir hier die Stadt hinsetzen, dann ist zumindest die Grenze gesetzt. Zu dem Gegner. Wer die Neste entdeckt. Ja. Okay. Kupfer. Faser. Titan haben wir hier. Faser. Ups. Hochschule. Hier ist es auch nicht. Uh. 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 gut lohnen Sonde was wo und ob noch da so was machen wir mit dir ich habe ich gar nicht gesehen ich habe ich gesehen weil ich einfach nicht richtig geguckt habe ist das ätzend ist das ätzend das hat der Fakt entdeckt alte Erde ok gut hier können wir die zusammenfügen da brauchen wir halt noch ein paar davon so was meinst ok hier ist ein super Platz für eine Stadt wir müssen da hin so so 14 Runden 14 Runden warum ist das denn so viel geworden das ist blöd Geophysik Geophysik Robotik möglich boah der Auto mal ok mit der und da Gelände hm 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 so hm ja komm was soll's ja komm was soll's schenk 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 dir halt eine Heimat ach so hm 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 ja oh ja 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 joh ja ja joh Was ist auch immer? Was sind das? Chitin. Koppel. Koppel? Koppel. Okay. Ach, ich weiß nicht. Die vier sind glaube ich zu stark für die Soldaten. Gut, egal. Wir brauchen ein Kanonboot, U-Boot Ranger. Kampffahrzeug. Hallo! Ach, Schwarzmärkte. So. Schwarzmärkte. Plus Stadtverteidungsstärke in der Hauptstadt. Probesitz am Handelsplatz. Äh, was? Probesitz am Handelsplatz? Ja. Hab ich ja nicht. Null! Bedeutender Sieg So, Genetik ist auch gleich rum So wird das nix Man zieht mit den Soldaten in den Krieg Schwarzmärkte, ja, super, jetzt kann ich die nicht, jetzt muss ich, ach, so, naja gut, okay, was haben wir denn noch, das ist alles sehr weit gefächert, 22 Runden, das ist mir alles zu viel, immer noch 22 Computerwissen, Spionage, eigentlich Spionage, Raketenfahrzeug, achso, Raketenfahrzeug, ja, das wäre natürlich nicht verkehrt, Geophysik, ja, komm mal, Geophysik So, der ist hier nübär, jawohl Plus 5 EP Schön, 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 schön Was machen wir mit euch, die machen wir jetzt mal ausruhen So, was haben wir denn, zahlreiche neue Umgebung, bla bla bla, okay Bringt uns 2 Energie, 2 Produktion und Wissenschaft Wissenschaft, wir müssen auf die Wissenschaft gehen Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg, mit Wissenschaften ein bisschen mehr forschen können Sollte funktionieren Cool 2 entwickeln, so, was haben wir denn gesagt, hier sprechen 30%, das haben wir, minus, für neue Werte, hm 10% ist schon nicht verkehrt So, wir müssen erstmal gucken, achso, das haben wir ja, das haben wir ja fertig Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Landeinheiten, Produktionsruhe überhaupt Fahmer, Labor, Gesundheitsmeier, noch relativ gut Natur, Nahrung, Arion plus Nahrung Statt ein Land, ist ein Land Ja, komm Schon wieder Ei Gen in Produktion Durch Handelsertrag Was macht das für ein Land? Ähm, okay Ähm, ich will nicht, dass es hier unten läuft Hm 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 Es sind mir echt viele Aliens hier, das ist echt der Hammer Ja So, was machen wir mit dir? Totale Niederlage Scheiße Dann müsste es das da besser sein So, wo läuft es viel hin? Zurück Gut Oh, das geht mir auch, sag mir diesen Scheiß entdeckten Ähm, Dingern So, jetzt hab ich's Was machen wir mal 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 Dich da verschanzen Gut Geht halt anders, fertig Ey, du bist doch weg gegangen So, Produktion Ich muss langsam mal, ich muss da rüber Ich muss langsam mal, ich muss da rüber Kanonenboot, Patrouillenboot, U-Boot Hm Den Erkunder kommen wir nicht weit, das ist schon mal klar Handelser... Ah, Netzkonvoi Das bringt alles nichts Kampffahrzeug In Rot Minus 2 Energie, das passt mir auch überhaupt nicht Es klingelt Wartet mal kurz So, sind wir wieder da So passiert's, wenn's Telefon klingelt Äh, wo wir stehen geblieben Eine Runde weiter, genau Wie gesagt, die ersten Runden sind halt wirklich sehr Zäh Wobei wir schon bei Runde 61 sind Diese scheiß Alien-Kage geht mir auf den Sack Wenn man das mal so sagen kann Achso, ich kann nichts machen, weil die hier Kann ich mit dem eigentlich Probier das jetzt mal aus Mit dem kann ich doch bestimmt darüber Es wird mir das zu langweilig, wenn ich hier nichts machen kann Ich weiß, es ist zwar ein Fahrzeug, aber... Hm, weiß ich ja nie Komm, schwarz merkt der willig schnett Was ist denn das für ein Vieh, ey? Was ist denn das für ein Vieh? Guckt euch das nochmal an Die können aber hier durchmarschieren, oder? Oh ja, guck mal an So So Nix drun, oder wat? Eieieiei Der zerstört meine Sachen Ich glaub's ja nicht Der muss weg So Hm, hm Minus vier Minus vier Okay Super Äh Ähm Ja, okay Ähm Was brauchen wir denn noch? Handelskonvoi Der Bau-Trupp-Colonist Versuchen wir's nochmal Ja komm Versuchen wir's nochmal Das war schon eigentlich Das war schon ziemlich rüber Wo? Äh Ähm Oh, okay Das ist jetzt nicht schön Gar nicht schön Das find ich echt nicht schön Ne Ne Wir Der Staub einer sterbenden Welt Müssen So So, wir hatten doch irgendwo Verteidigungsnetz Hier warte mal Verteidigungsring Schaltzone Ne Ballistik Raketenbatterie genau Das brauchen wir für die Stadt So So, kann man mit denen Kann man natürlich Ups Aha Ähm Hm, 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 hm So, wo wollten wir die Stadt denn hinsetzen? Hier wär ja eigentlich schon ein guter Punkt Naja, komm, versuchen wir's mal Mal wieder U-Boot, Patrouillenboot Stadtzentrum, warte mal was wir denn überhaupt Müssen das mal ein bisschen hochsetzen hier Produktion plus, okay Okay Hm, okay Boah, ne, echt jetzt? Echt jetzt? Das ist echt der Hammer, was hier an Aliens rum... Hängen Pfff Was mach ich denn mit denen? Boah, hier ist auch eigentlich ein perfekter Platz für die Stadt Was mach ich denn mit denen, was mach ich denn mit denen? Wir fahren erstmal da ohne So, was haben wir hier? Ist da irgendwas, was Alien mäßig aussieht? Wird mich nicht wundern, wenn's gleich kommt Höh, wo ist ihn? Unsichtbar Baut zwei Farmen, wo du sie in der Grenze von Freeland Boah, echt jetzt? Das kann doch nicht wahr sein Nein Ach,ür ist hier Der Kommt dann automatisch Hm Hm. Scheiße. Farmlabor, Stadtzentrum, Zucht, Wissenschaft, Gesundheit, Sumpfgelände, die von der Stadt überarbeiten werden, Sumpf. Naja, gut. So. So, was nu? Mal ausruhen, vielleicht funktioniert es ja. Questentscheidung. Werde ich denn? Oh, ach ja. Handelskunde-Rolls werden nicht durch Erinnerheiten angegriffen. Das hört schon gut an. So. Das bedeutet, wir können endlich die Handelsdinger-Fuzzis bauen. Hm. So. So. Bauen wir da eine Stadt, würde ich mal sagen. Einen Außenposten, Entschuldigung. So, was machen wir mit euch? Ziehen wir mal nach Daumen ab. So. So. Guck an. Das ist natürlich interessant. So, und ihr? So. 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 So, wie schaut es eigentlich aus? Wir sind doch schon wieder in über eine halbe Stunde am Spielen und irgendwie sind wir nicht so weit gekommen, wie gedacht. Ich würde sagen, machen wir hier einfach wieder Pause und dann sehen wir uns das jetzt mal. Bis dann!